Der frühere SS-Mann Oskar Gröning muss ins Gefängnis. Der 96-Jährige wollte aus gesundheitlichen Gründen die Haft nicht antreten. Sein Gnadengesuch wurde jetzt dabei in Lüneburg abgelehnt. Schwere Gesundheitsgefahren seien laut einem Amtsarzt nicht erkennbar. Beeinträchtigungen könnten durch medizinische Vorkehrungen im Gefängnis Rechnung getragen werden. Gröning war 2015 wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte gestanden, im Konzentrationslager Auschwitz Wertsachen aus dem Gepäck der ankommenden Juden erfasst und weitergeleitet zu haben.